Hildegard Ich heiße Hildegard, bin eine Patientin von Globdental. Ich habe bei mir zu Hause schon etliche Ärzte aufgesucht, um mir Implantate zu machen. Aber da ich ganz wenig Knochendichte hatte, konnten sie mir keine machen. So habe ich durch Zufall vom Globdental erfahren. Ich bin dann zu ihnen gekommen in der Klinik. Die haben mich untersucht und haben mir die Basalmethode gesagt. Und ich habe mich entschlossen, diese Methode an mir machen zu lassen. Es waren sehr nette Ärzte im Haus. Die Assistentinnen waren auch so angenehm, dass man überhaupt keine Angst brauchen musste. Ich bin in einen Dämmerschlaf gesetzt worden. Da habe ich überhaupt von der ganzen Operation nichts gemerkt. Ich denke vielleicht zwei, drei Stunden werde ich bei der Operation gewesen sein. Aber das ging so schnell. Ich habe das überhaupt nichts mitbekommen. Nicht aufgeschwollen war mein Gesicht also wirklich sehr angenehm. Innerhalb von drei Tagen hatte ich schon wieder meine Zähne. Oder halt die neuen Zähne muss ich sagen. Und konnte dann schon das erste Mal wieder richtig essen. Auch sprechen ging gut. Also ich kann die Globdental Klinik nur empfehlen. Also ich glaube meine Zähne. So eine große Freude wie ich mit meinen Zähnen jetzt habe. Kann ich nur jedem empfehlen. Diese Klinik einmal aufzusuchen. Dankeschön. 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 ииh